Musik 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 Jetzt befinden wir uns in unserer Stahlseilabteilung wo wir laufend Stahlseile lagern und haben von 6mm bis 22mm in den verschiedensten Ausführungen verdichtet, blank, verzinkt Weiters haben wir Pressen zum Verpressen von Schlingen, Anschlagseilen jeglicher Art Wir haben auch fertige Abspannseile für die Forstwirtschaft Also wir machen alles was mit Seilen zu tun hat direkt für den Kunden auf Wunsch jede Länge möglichst ablängen und verpressen und da sind wir bis 26mm haben wir die Presse selbst in der Werkstatt Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020